Ich versuche heute die krassen Jordans zu machen. Es gibt nur ein Problem, Prinzessin ist dabei. Hallo. Und sie muss aus diesem Ding, hier sind Farben drin, äh random Farben, sie muss drei Farben ziehen und ich muss daraus was machen. Let's go! Look it! Bitte, ich muss den Schuh anziehen. Verkackst nicht. Schwarz. Auch hier. Schwarz, sehr gut. Grau. Grau? Ja. Zeig. Grau, okay. Schwarz, grau. Kann man was Gutes machen? Schwarz, grau. So sehe ich mich, stylisch. Letzte. Jetzt kein Grün, kein Lila, kein Pink, kein Rosa. Bitte was Gutes. Rosa, ja. Rosa? Ja. Dein Ernst? Zeig. Äh. Freust du dich? Ja. Aber ich muss dann Rosa anziehen, das weißt du, ne? Ja. Rosa, schwarz, grau. Wo machen wir Rosa? Äh, so. Hm. Ich nehme jetzt erstmal den Schuh ab. Weg da. Weg da. Weg da. Kleben. Darf ich mich da auch noch hinsetzen? Jetzt erstmal hier einen Streifen drüber. Hier oder hier? Genau, da drüber. Perfekt. Wir müssen ja was Cooles draus machen. Du musst den ja am Ende anziehen, ne? Ja. Aber wir machen ja zu viel Rosa. Ja. Weil es passt dann auch nicht mehr. Ja, weil ich muss den anziehen und ich bin ein Junge. Ja. Ja. Was ihr mal seht, was ja noch so drinne war. Rot. Rosa ist echt gut eigentlich, gell? Rosa ist zwar nicht zu meins, oder? Was sagst du? Ja. Lass mich das selber nicht lesen. Lila. Oh, Lila hätte ich gar keinen Bock gehabt zu tragen. Grün. Grün hätte ich auch keinen Bock gehabt zu tragen. Okay, weiter. So, wir haben den ganzen Schuh jetzt abgeklebt. Haben wir gut gemacht. Sehr, sehr gut. Wir überlegen gerade, welche Farbe wir welche Fläche machen. Die große hier wird sehr entscheidend sein. Ich würde die grau machen. Ja? Ja. Okay, warte. Ich kann überlegen, was du immer machst. Okay. Schere ich dein Papier. Ja, yes! Wer ist der King? Wer ist der Beste? Der Papa. Wer ist der Allerbeste? Ja. Wer ist der Schönste? Der Papa. Nein, du bist es. Ich mach auf und du machst dann die Innenseite, okay? Ich zeig dir dann. Okay, let's go. Okay. Jetzt überall, wo noch weiß ist. Okay, Kind. Du machst jetzt grau bis ungefähr hierhin. Kriegst du das hin? Ja. Sicher? Ja. Let's go. Genau, 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 genau. Und noch ein Stück. Stopp. Erklär mal, was du mir gerade erklärt hast. Wie würdest du es jetzt machen? Alter, ich würde hier so rosa oder so schwarz hier und dann so rosa. Also vorne schwarz, hinten rosa, das Neigzeichen. Okay, wir machen das. Das ist eine gute Idee. Ja. So, wir kleben jetzt gerade noch die graue Fläche ab. Kein schwarz dran kommt, wenn wir das Neigzeichen anmalen. Ja, 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 super, ja, super, 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 super. Du musst aber Stopp sagen, gell? Ja. Stopp. Und bis hier? Ja. Und dann rosa oder was? Ja. Okay. So, wir föhnt jetzt die Farbe trocken. So, man sieht jetzt schon, man kann hier drauf langen und es ist schon trocken. Cool, ne? Ja. Schnell? Ja. Let's go, bist du ready? Ja. Wehe, der sieht nicht gut aus, ist deine Schuld. So, andere Seite darfst du machen. Genau. Genau. Und von links nach rechts, genau. Weiter zurück, genau, 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 und Stopp. Ey, rosa gefällt mir immer besser auf einmal. Der mir auch, ich hab's eigentlich gemorben. Wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden, noch ein geiles Muster reinzumachen. Ich kenne, wie das ausschaut. Ich mach einfach mal, oder? Ja. Hier hin? Ja. Okay. Näher dran? Oh. Krass, oder? Geiles. Ja. So, das haben wir jetzt auf beiden Seiten gewacht. Und wie findet ihr? Wie sieht das Ding jetzt ab? Ja. Zeig mir, du Wunderkind, wie der Schuh bis jetzt aussieht. Let's go! Geil aus. Zeig mir das Muster. Boah. Der sieht schon geil aus, oder? Ja. Gibt's doch nicht zu kaufen, mein Arzt. Hast du gemacht. Wundergeburt. Ja. Ja. Aber mir fehlt noch was. Hier haben wir ein bisschen verkackt. Das kann man einfach so weg machen. Guck mal, was ich gerade gefunden habe. Ja. In Jordans sind ja keine Tags. Und ich hab hier... Boah. Ich hab noch welche mit meinem Logo. Oh, geil. Und wir jetzt so große. Passen die? Ah, das ist eine andere Farbe, ne? Ja. Wollen wir Silber oder die mit meinem Logo nehmen? Ähm, die mit deinem Logo. Denkst du? Die passen ja. Die passen wegen dem Schwarzen. Ja, gell? Und auch wegen dem Muster irgendwie. Ja, das ist schon geil aus. Ja, wir nehmen die. Wir nehmen die. Ich mach gerade eine kurze Pause und guck dir den Schnee an. Das hat zum Beispiel auch so brutal geschneit. Also das ist echt krass, gell? Ja komm, Planänderungen. Wenn du deine Pause machst. Wir nehmen das untere auch noch drauf. Ah. Ja, wenn man's draus macht. Passt einfach während der Föhn. Sehr gut. Ich hab eins des Schuhs. Sie macht jetzt noch das Tag fertig. Schreib deinen Namen drauf. Den ballern wir dann an den Schuh. Wollt ihr auch wissen, du hast den gemacht. Perfekt. 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 Genau. Da noch abschneiden. Bam. So, jetzt rocken wir den mal. Mal gucken, wie der aussieht an mir. Hat gerade das beste Outfit dafür an. Aber wir gucken trotzdem mal, wie es aussieht. So, wie findest du? Kann man schon anziehen, oder? Schon ganz geil geworden. Ich habe синemonium nach混engen. respecting der M8- virtuell mit gereismen. Ja, nochmal gesund. Sorry, danke schön. Was du mitrasst? Natürlich coats 330 за kennengen oder tribol? Du bist total. Ou, holy! Vielen Dank.